Das war mal heftig, Alter. Die Lass-Ausleiter gab es dieses Jahr. Scheiße! Was war das? Was war das? Das war unglaublich. Ich konnte nicht mehr mitsingen, weil ich dachte, ich kippe um. Und ich muss parieren. Also, Pew Tonic. Wir machen jetzt schon seit 13 Jahren Musik. Dieses Jahr war das erste Jahr, wo wir jetzt mal so ein bisschen zurücklehnen wollten. Ist nicht so wirklich was gebrochen, wie man sieht. Wir haben jetzt auf der Bühne gerade eben alles aufgebaut. Soweit wir dürfen. Jetzt ist Volbeat dran und sperren erstmal alles. Jetzt müssen wir uns erstmal verpissen und gemütlich ein Bier in der Garderobe trinken. Wie ist das so mit zwei Interaktionen in der Band? Schrecklich. Hey! Was ist das? Was ist das? Ich habe alle! Es ist wunderschön! Weiß ich! Wir warten noch auf die Bühne. Also ich wollte gerade sagen, unser Einlass ist in einer Stunde. Das heißt, wir spielen in 90 Minuten. Wir hatten noch nicht mal die Zeit, einen Linecheck zu machen. Bisher haben wir gerade mal so das Schlagzeug hingestellt. Und es wird langsam eng. Aber es wird schon. Irgendwie. Was ist das? Jungs! Verdammt was super, okay? Die Gota nur gut. Und kippen uns nur so richtig im Tor. Okay? Also! Wirksen. Eine Budion, eine Budes 그냥! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017